Hallo liebe FCler, vor über 25 Jahren habe ich auf diesem Bolzplatz das Kicken gelernt. Nach 14 Jahren und Station 1. FC Nürnberg, SC Freiburg und Hannover 96 ist es Zeit nach Hause zu kommen. Ich freue mich wahnsinnig auf euch, daheim ist daheim. Hey, was machst denn du hier? Schön, dass du wieder hier bist. Ich habe gehört, du machst eine große Grillparty und ein großes Auto mitgebracht. Super. Ich glaube, das wird reichen. Tausend Dank dem Auto aus Deckert. Jetzt fahren wir zum Schwamm und laden erstmal den Kofferraum voll. In der Zwischenzeit gibt es noch eine kleine Grußbotschaft von meinem ehemaligen Trainer und guten Freund Dieter Hecking. Bis gleich. Ja, Maik, ich bin nochmal gebeten worden, auf deine ruhmreiche Karriere nochmal ein Loblied zu singen. Aber du willst ja immer noch nicht aufhören, habe ich gehört. Und deshalb wünsche ich dir alles, alles Gute beim 1. FC Nürnberg, deinem Heimatverein. Ja, und führ ihn an, bring ihn dahin, wo er hingehört, in die zweite Liga. Und dafür viel Erfolg, viel Gesundheit und ich denke, es wird schon eine spannende Aufgabe auf dich warten. Bis dann. Ciao. Hallo. Lange nicht mehr gesehen, oder? Genau. Willst du noch mal eine Runde einkaufen machen? Genau. Feier mal einen Einstand. Einstand? Ja. Du musst ein bisschen was machen. Ja. Gau ein bisschen Fleisch, ein paar Würstchen. Keinen Problem kriegen wir hin. Jetzt geh mal ran. Mach mal, ja. Ich hole einen Wagen. Alles gut. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Wollen wir doch hoffen. Also, danke dir fürs Kommen. Merci. Vielen Dank. Und viel Spaß. Wer ich haben. Bis demnächst im Stadion. Alles klar. Dankeschön. Bis dann. Ciao, ciao. So, jetzt geht's endlich in den Ludwigspark. Das lange sehende Wiedersehen für mich. Ich freue mich mega darauf, wie er jetzt aussieht. Es ist für mich das erste Mal. Und in der Zwischenzeit gibt's noch eine kleine Grußbotschaft von meinem ehemaligen Präsidenten, Fritz Keller. Viel Spaß dabei. Und bis gleich. Hey, Mike. Gute Nachrichten. Welcome home to Sabriken. Ich freue mich. Wie weißt du? Das Beste kommt immer zum Schluss. Ich finde es großartig, dass du nochmal eine Saison dran hättest. An deinem Heimatverein. Und du wirst hier rocken. Ich weiß. Und ich würde gerne mal wieder mit dir feiern. Weil du kennst ja meinen Grundsatz. Und da hast du dich immer dran gehalten. So wie man es schafft, so feiert man. So wie man feiert, so schafft man. Also. Schafft gut. Und alles Gute mit Sabriken. Wer schafft das? Da bekomme ich jetzt schon Gänsehaut. Wenn ich dran denke, wieder vor diesen Fans spielen zu dürfen. Schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Als ich mich das letzte Mal hier umgezogen habe, sah alles noch ein bisschen anders aus. Hatte noch ein bisschen den Charme der Bundesliga Jahre in den 60er Jahren. Und sieht alles super aus. Fühle mich total wohl. Und ja. Ich freue mich jetzt endlich die Trikots wieder tauschen zu können. Und mein geliebtes Klaus-Schwarzer-Trikot anzuziehen. Es ist ein echt cooles Stadion geworden. Jetzt fahren wir zu Jürgen und machen die Sache klar. Hallo Mike. Hi, grüß dich. Herzlich willkommen. Zuhause im Saarland wieder. Dankeschön. Alles geklappt, ja? Ja, alles gut. Komm mal mit, ich habe schon was vorbereitet. Super, ich freue mich. So, liebe FCS-Fans, jetzt bin ich wieder einer von euch. Ja, wir sind schon seitens auf einen Fall von euch. Ja, wir sind schon seitens auf einer von euch.